Hier hinten ist das Kinderland, hier gibt es dann das Fass des Brauges, da kommt ein ganzes Fass Wasser raus und hier kommt noch ein Kinderclub, der ist super schön und hier hinten sind dann auch gleich Häuschen, hier ist dann noch eine Bar mit Bola Laird, Kaffee, heißen Schokolade, hier, was man möchte.